Er mag es flapsig, ist immer gerade heraus. Deshalb hat der frühere Sport1-Moderator und Kommentator Jörg Dahlmann sein neues Buch auch genau so betitelt. Es ist eine Anekdotensammlung aus 40 bewegten Berufsjahren, die im März 2021 abrupt zu Ende gingen. Für eine flapsige Träumerei über eine Kuschelnacht mit Schauspielerin Sophia Tomala kassierte er einen Sexismus-Shitstorm und die Bezeichnung Land der Sushis für Japan bescherte ihm sogar den Rauswurf bei Sky. Tja, wegen dieser herrlichen Köstlichkeiten hat man mich gekickt bei Sky. Da sind sie zu schnell den Twitter-Hatern erlegen. Viele Japanerinnen, Japaner haben mir geschrieben, haben gesagt, wir sind das Land der Sushis, wir sind stolz drauf. Das finde ich auch. Sushi ist eine herrliche Geschichte und da Rassismus zu unterstellen, ehrlich gesagt, ist völlig Banane aus meiner Sicht. Ich finde das also ganz toll, dass viele Prominente auch mitgewirkt haben, Co-Autoren sind sozusagen. Wie Uli Hoeneß, wie Oliver Kahn, Felix Maga, Dieter Hecking, Winnie Schäfer, aber auch viele Kollegen aus meinem Bereich. Rolf Töpperwien, Wolf Fuß, Thomas Herrmann, Bela Rethi, Uli Potowski zum Beispiel. Also sehr, sehr viele Menschen, die da mitgewirkt haben. Und Sophia Tomala, ganz große Klasse, die hat da etwas geschrieben, was ich sehr bemerkenswert finde. Sie hat ganz klar sich positioniert, hat gesagt, ich fand den Rauswurf von dir lächerlich bei Sky und ich stehe zu dir. Ich habe mich kaputt gelacht über den Tomala-Spruch, hat sie selbst gesagt. Und für sie war es sogar ein Kompliment. Sie kann das gar nicht verstehen, dass die Leute sich alle so aufregen. Ich werde immer wieder gefragt, was ich von Sky halte. Ich habe großartige Kollegen gehabt, Moderatoren, Kameraleute, die Leute hinter den Kameras, die Kommentatoren, alles großartige Leute. Aber die Führung, muss ich sagen, ist richtig schwach. Die machen so viele Fehler. Die Präsentation von der Bundesliga, von der zweiten Liga, das ist einfach nicht glanzseitenmäßig, sondern liederlich, weil sie immer nur Geld sparen wollen. Sie sparen aber Geld an der falschen Stelle, wie ich finde, könnten sie woanders eben sparen. Und da gehen sie einfach nicht gut mit um und haben große Defizite. Und noch eine Frage, die oft gestellt wird, würde ich nochmal zurückkehren zu Sky? Ich würde sagen, ja, aber nur, wenn die Bosse weg wären. Wovon handelt das Buch? Natürlich von dem Rauswurf bei Sky. Blicke ich da hinter die Kulissen und erzähle alles, was da vorgefallen ist. War ziemlich erbärmlich vom Sender, wie ich finde. Naja, aber hauptsächlich erzähle ich natürlich über 40 Jahre Anekdoten, Anekdötchen, die ich so erlebt habe im Laufe der Reporterjahre. Gebe auch Tipps, wie man Fußballreporter wird und habe auch ernste Kapitel dabei. Rede also nicht nur über die positiven Dinge, sondern auch über die negativen. Wurde es ja ursprünglich Sushis und Lushis nennen, dieses Buch. Also die Lushis benenne ich da auch. Und ein Kapitel wird sein Krebs, weil ich dreimal die Diagnose Krebs hatte. Und wie man damit umgeht und gebe auch einige Tipps, wie man sich am besten zur Vorsorge begibt. Und wie man das am besten behandelt im Vorfeld, bevor man dann eben die Diagnose gestellt bekommt. Ich weiß, ich war nicht immer bequem für meine Vorgesetzten. Das muss ich zugeben. Aber ich finde eben wichtig, dass man immer gerade raus ist, dass man authentisch ist und dass man eben das Herz auf der Zunge trägt. Und da kann eben auch mal irgendwas passieren. Ich persönlich finde sowieso, dass wir in Deutschland viel toleranter werden müssten. Einfach Hashtag Toleranz. ersten 10 ersten 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 alition appliances So